Hallo Leute und herzlich willkommen bei Slendor. Ich habe schon ein bisschen Angst, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, aber... Aua, ich habe einen steigenden Hals. Au, au. Mein Herz, mein Ohr kratzt. Mein Herz hat... Okay. Warum ist es neblig? Was ist neblig? Was ist neblig? Was ist neblig? Was ist neblig? Bleib auf dem Weg, ich bleib auf dem Weg. Was ist neblig? Ich weiß, Schiss auf... Nein, 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 nein. Das geht bei mir gar nicht. Wie bekloppt ist man eigentlich, wenn man einen Wald sehen will. Was ist neblig? Was ist neblig? Was ist neblig? Ich muss neblig. Ich muss neblig. Ja, neblig. Schönen Spaziergang. Wie? Ich muss neblig. Ich muss neblig. Ich muss neblig. Ich muss neblig. Das war's für heute. Da ist Parkmusik. Wer konstruiert eigentlich so eine Musik? Oh, ich kratze an. Da sehe ich den Schatten. Da ist Parkmusik. Hallo? Das geht aber gar nicht. Das hat mich gerade so richtig einsparen. Nicht verrauschen. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Was ist das? Blas, Blas, mach mal das. Mach mal die Kunstwerk. Meine Hände sind so schmutzig. Hallo? Was soll das? F***. Möchtest du von mir Taschengeld? Möchtest du von mir Taschengeld? Möchtest du von mir? Das ist gut. Komm schon. Ich wette, dass er hinter mir ist. Ich beobachte. Kann man nicht Tag einstellen? Ich sehe fast gar nicht. Ich sehe fast gar nicht. Ich sehe fast gar nicht. So kann ich in die Probe mit dem Buss. Oh, toilet! Drei, Felschus... Vier Well... Meine Fuss sind gekratzt wieder. Man erkennt fast gar nicht mal den Weg, weil es gut ist und weil es lebt, wie ich es. Welche Kind ist aus? Sollte voraus? Ich sehe nichts. Sollte voraus? Untertitelung des ZDF, 2020 Mami, sieh nix! 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 Vielen Dank.